Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Zombiegotchi und Karl Otto. So, dann wollen wir doch mal sehen wie es Otto heute geht. Dem lieben Karl Otto. Oh, gebetter, was für ein Shit. So, dann wollen wir doch mal ein Spielchen spielen. Wie wir es mit Schere, Stein und Papier. Ich will auch gewinnen. Ich habe heute Freude, dass ich wieder... Also, irgendwie habe ich kein Glück heute. So, wie sieht es aus mit Essen? Ähm... Oh, so. Haben sich auch gleich wieder ein bisschen schädig gemacht. Ja, Karl Otto, das kostet uns alles wie der Gehirn hier. So, mal ein bisschen aufpassen beim Essen. Da saugt sich immer ganz schön schnell ein. So, dann wollen wir nochmal ganz viele Gehirne erspielen. Das machen wir damit. Ja. Ja, ja. Meine Reaktion ist mal wieder unterirdisch. Ja. 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 ich das nur anklicken. Das ist kein Problem. So, hier haben wir auch zum Beispiel das super saubere Badezimmer hier. Toll, 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 super toll. Und da ist es einmal in Barbie World Design und hier im Skierurlaub. So, hier nochmal das Schlafzimmer. So, was wir auch noch gucken können hier, Klamotten, Level 12. Klamotten können wir theoretisch kaufen. Also, übrigens, das Spiel ist immer noch ein Early Access. Vielleicht kommt ja irgendwann noch was dazu, wer weiß. So, wir können übrigens ganze Outfits kaufen. Und ich würde sagen, wir spielen noch einmal. Wir spielen Hürden. Ich muss immer wieder sagen, wirklich sehr schöne Wohngegend hier. Immer wieder einladen. Also. Ja, Karl Otto, gib mal ein bisschen Gas hier. Immer diese Stolperfallen. Furchtbar, furchtbar. Oh, was ist das? Mal, was ist das? Oh, was ist das? Ah, noch läuft's ja auch. Da packen wir doch noch ein paar Gehirne. Woah. Da geht noch was. Das wird langsam schwieriger, aber wir sind noch gut davor. Wir haben noch kein Leben verloren. Sollte auch so bleiben. Ich weiß gar nicht, wie weit... Mann, wie schnell soll das eigentlich noch... Woah, Autsch. Ja, irgendwann... Irgendwann wird's einfach schwierig. Ich glaube, wir haben unseren persönlichen Rekord heute. Woah. Woah. Da haben wir aber eben richtig Glück gehabt. Woah. Ne, so schnell waren wir noch nie. Muss ich ja mal... Einfach so feststellen. Oh jei jei jei. Das sollte... Oh shit. Wollte grad sagen, das sollte ein Gehirn-Rekord geben hier. Ich weiß ja nicht, ob's noch schneller geht, also... Da muss ja nicht ausgefohrt sein, dass er nur noch schlafen will. Ohhhh. Ohhhh. 179 Gehirne. Boah. Die dreht sich schon ein bisschen. Ich kann schon mal schielen an. Ich glaube... Für heute reicht das dann auch. Hiermit verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.